Bitte! Vielleicht doch lieber einfach auf Deutsch. Moin Moin, ich bin Waldemar und wir verkosten heute den neuen Cosmic Cast. Liebe Freunde des guten Whiskys, das ist Grapeverse. Die zweite Abfüllung ist ein Ben Nevis. Ein schottischer Single Malt Whisky aus den Highlands. Das Besondere ist der unheimlich geile Weißweinfinish. Ein cremig, holziger, runder, floraler Chardonnay-Wein. Und natürlich in Fassstärke. 55,02 Prozent. Also ein ganz schön hartes Brett. Unheimlich lecker. Kaum Alkoholschärfe, aber trotzdem richtig viel Strength. Ich empfehle euch auf jeden Fall, gebt ein paar Tropfen Wasser hinzu. Lasst den Whisky noch ein bisschen stehen. Die Aromen falten sich dann noch. Jetzt kommt noch mehr Fruchtigkeit hervor. Cosmic Cast 02 Grapeverse. Der fruchtigste, weinigste Whisky aller Zeiten. Ist jetzt bereit auf tcd.com. Ihr könnt ihn jetzt vorbestellen. 99 Euro für den halben Liter. Wunderbares Design. Er stellt wieder mit künstlicher Intelligenz. Wir haben einen Astronauten, der im Weltall schwebt. Und er verziert die sehr extrem limitierten 420 Flaschen, die es vom Grapeverse gibt. Also ein wunderschöner Whisky zum Sammeln, ja. Aber vor allem zum Genießen. Cheers. Beep, 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 boom.